Progress bedeutet für mich, nach vorne zu springen, was zu entdecken, was zu gestalten und das sich gut anfühlen zu lassen. Mein Name ist Henrik Wenders und ich bin der Global CMO und darf damit die Marke Audi weltweit verantworten. Das OMR Festival ist ja eine Plattform, wo sich die Gestalter der digitalen Zukunft treffen. Und damit freuen wir uns auch hier zu sein, denn auch wir gestalten dank der digitalen Technologie die Zukunft. Und darum glauben wir hier mit Menschen verbunden zu sein, die wie wir eine positive Einstellung zur Zukunft haben, für die auch Future in Attitude ist. Sowohl bei Audi als auch in der Kunst, im Design, wir alle sind am Ende in derselben Industrie, im selben Geschäft, denn wir alle gestalten Erlebnisse. Und alle haben wir den Anspruch etwas zu bewegen, Emotionen auslösen. Dasselbe tun wir auch, wir gestalten Produkte, Erlebnisse, die einen positiv bewegen. Und insofern freuen wir uns, mit allen solchen Menschen verbunden zu sein. Für mich persönlich war tatsächlich dieses Kunstprojekt die Inspiration schlechtweg, weil es mir gezeigt hat, dass Digitalisierung etwas Wunderschönes sein kann. Und das stimmt mich positiv auf eine wirklich inspirierende Zukunft ein. Das stimmt mich, das stimmt mich. Untertitelung des ZDF, 2020